Da kommt jetzt der Schmeißer, glaube ich, ne? Oh nein. Oh, Slippery Climb, ja. Oh, mein Gott, hatte ich da Glück. Das habe ich mal gerade abgewartet. Weil mich sowas etwas immer ein bisschen aufregt. Oh, ich hoffe nicht, dass ich bei dem letzten Schmeißer sterbe, ne? Das war auch Glück. Das ist die Stelle, wo ich gerne sterbe. Weil dieser Pickel da oben genau auf Sprunghöhe ist. Okay. Die Maske lasse ich mal da. Die holen wir uns dann gleich. Das sind doch die scheiß komischen Glocken da am Leuten, ey. Und das mag ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das im Original so war. Aber wenn man von den TNT-Kisten abspringt, macht der auch erstmal nur so einen kleinen Rüpfer. und zieht mich richtig durch. Oh. Ding dong, ding dong, ding dong. Meine Finger schwitzen wieder. Weil das hier so weit ist. Okay, ich bin gestorben. Ja, das liegt an meinem Mikrofon. Weil Dennis hat ja sein Headset und ich habe hier dieses Großmembran-Mikrofon. Ja, das ist direkt gegenüber. Die Glocken. Oh. Ich bin so froh, dass das hier nicht zählt, dass man... Also ich hoffe mal, dass es nicht zählt, wenn man hier stirbt. Könnt ihr mal aufhören? Das reicht, wenn ich einmal klingel. Dann muss jetzt nicht hier irgendwie 15 Minuten Palava sein. Okay. Okay. Ich bin jetzt schon wieder gestorben. Ich bin jetzt schon wieder gestorben. Das kann sich hier nur noch um Stumpfeln handeln. Ich bin jetzt schon wieder gestorben. Die waren bestimmt hier oben, die, oder? Ah, da unten eine? Ich weiß es nicht. Da hinten, okay, zwei T-T-Kisten. Dann waren das wirklich die da oben, wenn ich da drüber gesprungen. Ja, oder so. Ja, okay. Ja, gut, da konnte ich das nicht sehen, weil ich drüber oben außerhalb vom Level war. Ja, okay. Ja, okay. Aber es gab glaube ich noch irgendwo ein anderes Level, das war aber ein Rio Level, das mochte ich ganz gerne. Ich weiß nicht mehr welches das war. Das ist nicht so schlimm. Zu früh gesprungen. Wie lange sind wir jetzt schon hier in einem Level? Nö! Weg da! Nein! Die eine Teekiste! Oh, jetzt aber! Mann, warum hat das denn eben geklappt? Oder ich muss wirklich versuchen, von da aus direkt da hinten hinzuspringen. Das ist aber scheiße, weil man da gerne an die Teekiste dran kommt. Mit dem Kopf. Das ist ein Bonus-Level. Schon wieder, da bin ich doch eindeutig drauf gesprungen. Auf die scheiß Kiste. Ein Slippery Climb seit 20. Schön! Jawohl! Das musste irgendwann mal passieren. Wir haben einen. Endlich. Wobei, 8 Minuten können auch hier kommen. Wir können aber vielleicht 15 sein. So, jetzt bitte. die Kiste. Auf jeden Fall die Kiste mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel noch kommt. Was war das denn? Was war das denn? Also, ich will auf jeden Fall noch jedes Level einmal spielen. Also, einmal durchspielen würde ich gerne. Zeit muss jetzt nicht unbedingt sein, aber durch will ich schon noch einmal. was war das denn? Was. Wie war das denn? Was war das denn? Also, ich will das so. Ah, ich will das noch mal auf den Weg machen. Sie dabei waren. Ja, ist okay. Auch die Level, die du mit den Schlüsseln freischaltest. Äh. Nicht, nö, nicht unbedingt. Also, kommt drauf an, wie ich Lust hab. Wenn ich nach dem Cortex da irgendwie nochmal Bock drauf hab. Also, ich hab jetzt auch, Stormy Essend hab ich jetzt auch nicht, äh. Nicht noch einmal spielen. Und Stormy Essend hab ich da jetzt auch nicht mit eingeschlossen. Einfach ganz normal einmal durchspielen. So viel fehlt da ja eigentlich nicht mehr. Ich zieh dich. Theoretisch. Ja, mal gucken. Die bleiben viel zu lange unten. Das hat überhaupt keinen richtigen Rhythmus. Ich zieh dich. Nein. Halt. Halt, stopp. Bitte, Dankeschön. Okay, das war doch noch.